Sie fragen sich, wann der beste in... Zeit... Immobilien. Der zweite Abschnitt machen wir nochmal, gell? Ich bin der Geschäftsführer. So, aber jetzt. Sie fragen sich, wann der beste... Ja, die Situation suchte ich zu retten. Hallo, mein Name ist Tobias Bautmann. Ich bin der Geschäftsführer. Der Fehler war geschenkt. Eine Finanzierung für den Käufer in die Wege leiten, damit er verkauft. Trotz dem Network. Ich bin Geschäftsführer von der Immobilien-Book GmbH und kann den Text nicht lesen, weil er noch nicht da ist. Ich kann Schwäbisch. Ich weiß jetzt, soll ich sagen, vielen Dank oder vielen Dank oder vielen Dank. Vielen Dank für Ihren... Ich kann nochmal, ich hab da... Es wird schwierig. Ich springe mit. Und trotzdem. Auch hier können wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung helfen, der Lili-Lili. Jetzt bin ich standhaft.